ARD Text im Auftrag von Funk Aua, warte Hier geht ab, da brennt ihr alles, wenn ich die Kissen öffne Decker, hier laden übrigens viel, Alter Ja, ja, ja Oh mein Gott, ich hab schon drei Kills Mach mich nicht weh Sind alle bei mir gelandet Wtf Ah, 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 ich bin falsch gelandet Ja, ich hab keine Lust mehr, Mann Was ist denn das? Ja, ich hab fünf Schüsse meiner AR Musst die nur ein bisschen kommen lassen, dann krieg ich die Oh, ich hab nicht was zu bauen, Alter Hat er mich gehört? Ich glaub nicht Wer schießt auf mich noch? Schöne Sting, Jan Da kommt wer, da kommt wer Oh, fuck you, Alter Ich hab immer noch nichts Hab ihn Nice Hier ist noch wer, noch wer, noch wer Schönes Ding Pures Chaos, ey okay Wo ist denn der? Okay Läuft ja digga save treffe ich keinen einzigen shot digga da oben gelandet ich bin ein bisschen weiter weg ich habe einen der war jetzt findet ja wir müssen uns dann auch verpissen guck mal zohne an die ruhe ist im vulkan leute ich glaube heute passiert irgendwas habe ich mal gestern war eigentlich schon was oder da war die auch schon immer auf mein gott jetzt dann sollte der vulkan eigentlich komplett ausbrechen ist war nur ich habe keine mess dafür hier wir sind schon wieder am kämpfen vorsichtig hinter dir ja ei der ist ja dahinten der will fliegen da war noch mehr welle auf jeden fall banane von unten rechts der typ ist hier oben gelandet pass auf ja ja ich verstehe ich komme ein stil aber die banane hast du schön nein ich gehe gleich auf wenn wir jetzt noch mal passiert gehe ich auf digga display hier kommen noch mehr ein baller und einer denn ich kann halt absolut nichts machen gerade ab 1 oh gott ist krass ich kann auch keine mits mehr haben als beide karten das mal irgendwie verpissen in den baller ich habe es nicht gerade hier liegt noch eine neue gefangen macht so klar dass der spandys hochkommend Ah, nächste Zone ist für ein Arsch, ey. Ja, Alter, alles klar, Mann. GG, Mann. GG. Ich habe nichts mehr zu bauen. Der T-Boy schaut erst mal hin, zieh dann lieber doch durch. Ja, Digga. Zieh durch, T-Boy. Was soll ich denn machen, Mann? Nee, Mann, nee, zieh durch, Alter. Wie viele waren das jetzt, Kai? Das waren drei. Ja, Digga. Vor allem, schau dir T-Boy's Loot an, Digga. Mit den HP, Digga. Ja, Mann, ich konnte auch nichts wirklich machen. Okay, pass auf. Die, 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 wir grabben jetzt noch keinen, sei Karte, Digga. Lass mir den Baller, Digga, ich hol den. Oder du holst den. Oh, meinst du auf allem mit A? Willst du das echt probieren? Digga, ich hol dich. Dir gibt mir mal dir irgendeine geile Waffe, Mann. Er gibt mir mal irgendeine geile Waffe. Oh, mein Gott, ich habe ihn mit so wenig gemacht, Alter. Oh, mein Gott, noch mehr. Oh, mein Gott, ey. Ja, pass auf, die sind da noch, ne? Im modernen Haus, da. Ach, klar, aber. Ich muss los, Alter. Ich muss los, Alter. Was war das denn gerade? Was für eine Kack-Runde, ey. Sind da echt noch welche? Modernes Haus, die sind weiter vor. Schnapp den, Alter. Der wird wieder lieb, Digga. Ne, 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 das ist ein Bug, das ist ein Bug. Oh, mein Gott. Ich habe von 0 auf 100 zu viele Mets, Digga. Yeah! Digga, jetzt kannst du reißen, Alter. Alter, wenn da jetzt in einer steht und gerade ist dein ganzes Teamhold. Ha! Warte mal kurz, kannst du T-Boys' Karte einsammeln? Ich versuch's noch. Dann kann er mich da auch nachhören überleben. Ja, ja, ja. Aber das ist ein Dreier-Squad, das sind Flash & Park, Digga. Ist nur einer, ist nur einer, ist nur einer. Geh nur irgendwie an die Karte, dann könnten wir ihn hier wiederholen. Ja, ganz kurz. Ja, Mann. Hab's, hab's er? Ich bin eklig. Schön, schön. Kann uns Tim beide wiederholen. Digga, was für einer, da läuft's für die Dreier-Squad. Naja, das waren die, die mich geholt haben. Für T-Boys ist es nur einer. Junge, Alter, Alter. Immer so mein Team. Scheiße, Tim. Bei mir sind Leute. Ihr habt echt... Ich bin so am Arsch hier. Erii... 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 Bei Retzer auch mit Late Launcher. Ich hab mein Baller noch hier. Ich bin weg. Erii... Digga, was los? Ach, komm schon. also wikings lieber nicht hoch oder wie ganz schlechte eben halt immer noch 13 gegner und hier ist eines gerade halber das team zu mir oh mein was für eine runde alter hast du noch ein baller ich habe auch ein baller ich glaube ich versuche den luch zu können wir sind hier oben noch voll am feiten da unten sind ja gegner jan hier sind drei leute die rotieren gerade rein ich will jetzt nicht drauf fallen scheiße um sind auch noch welche die fight jetzt gegen die anderen das ist gut an der sache ja und hier oben bei mir ist auch noch einer zwei mindestens ein auge für mich haben sie trotzdem noch übrig eine goldene pump und ein biggie digga ich fasse es nicht ich habe einen genockt hier oben und ich wurde genockt scheiße das war so klar na die überleben gerade ihren mate wieder haus puhrmann oh direkt nade-down scheint er her mann junge du musst aber auch immer so viel peaken alter ja er läuft er läuft in der harte er läuft in der harte er hat sich nach links geht's ohne die anderen sind jetzt hinter dir ja aber von oben geh nach links, geh nicht nach links, da fließen die auf den berg haha digga, ich schwere gar nicht, ich habe einen scheiß gepiekt ich war im gebäude und habe abgeholzt hier hast du gute posy, die sind alle vor dir ich habe 0,0 gepiekt guck mal die, die wachten ich gar nicht oh what the fuck, wo kam der denn her was tut jetzt noch mal was her Don't kick ja ha 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 oh ok ko ha ha haha ich kämpfe anfehl die kämpfinden gerade gegen die anderen ha Ah, Base Dich, wir gewinnen den Scheiß jetzt noch, okay? Bitte, bitte gewinnt das, Alter. Bitte gewinnt das. Ich habe High. Aber da wird einer gehealt, Digga. Oh, über dir ist noch jemand. Pass auf, pass auf. Nee, ich bin tot. Nein! Ich hab ihn gerade rückt. Die sind verfeindet. Die können eigentlich noch zusammen! Nee, ich muss ihn nicht. Ich hab den kill sogar bekommen, den einen. ja du musst unbedingt um mit dem berg drüber nur noch der eine da oben oder oh mein gott wenn nur noch du und der nun nur noch der 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 letzte ist der letzte einfach ja er hat Es wird ewig geliebt! Ich fass es nicht! Ich fass es nicht! Ich fass es nicht! Aus dieser Runde! Was für ein Krawall, Alter! Was für eine Runde, Alter! Es ging zwar nicht fünfmal Rewive oder so alleine, Alter! Alter! Scheiße, Mann! Oh mein Gott!